Aufstehen. Naja. Ich fühle ich mein Handy weg. Auf. Hola, quita. Na, Spaß. Ginterberg, meine Freunde. Was geht? Heute fahren wir nach Polskalandia. Weißt du? Nach Polen geht's ab. Nach Polen zu meiner Oma. Bisschen einkaufen. Bisschen Essen einkaufen. Oma besuchen. Wichtig. Familie und so. Wunderschön mischen. Abwart. Wisi Wisi on Tour, Alter. Wisi Wisi on Tour, Junge. Auto waschen, Baby. So, Auto glänzt. Ab zum Zahnarzt. Und danach ab nach Polen. Hola. Autobahnrettern. Ab nach Polskaland. Los geht's. Los geht's. Geil, macht kein Platz. Aber ich bin bald krass. Ich habe nichts zu machen. Ich habe nicht nur einfach nach links. Links. Pass auf. Ingo, ich komme rechts. Da siehst du die zwei Beine. Da rechts, rechts, rechts hier. Im Straßenverlauf von A6. noch 9 km. Hallo Polska. Hallo. Tschüss. Du kannst es direkt anders sehen, wie alles. Man merkt einfach direkt, wo man in Polen reinfährt. Direkt angekommen in Polskas. Oh, Gurkova. Müsst ihr was sagen? Wie使 я zum Ripkenchen mache. Hier bin ich mit der Kassepläne. Das finde ich wirklich complain. Ich hab keine User von WhatsApper. Bbelsäule kommt. Shoulders wird da ein bisschen leer. Ich weiß nicht, was ich zu sehen. Auf dem. Ja. Ich glaube, ich habe einen Sendi gekauft. Auf Sendi, oder? Ich weiß nicht. 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 Fische. Fische, Fische, Fische. Okay, wir gehen. Wait, nicht so schnell. Oh Gott. Wir machen gerade eine kleine Wanderung um den See hier. Auch schön angelegt. Auch romantisch mit Freundinnen und Oma. Ne, Fettek? Hä? Ja, ne? Na? Na, griva. Ja, ein bisschen hier. Das war mal alles hier deutsches. Deutsches. Territorium. Wir sind ein paar Leute umgekommen. Irgendwie bei irgendwelchen Bauten und so. Und deswegen. Gehen wir hier gerade ein bisschen rum. Aber süß. Ohne Spaß. Wir sind jetzt ein bisschen so weit wandern. Ich kann nicht mal Kameraricht halten, weil hier so viele Mücken sind. Ich will aufs Toilette gehen. Ich hole meinen Dödel raus. Direkt. Bestimmt drei Mücken landen auf meinem Dödel. Diese Mücken, die lieben mein Blut. Das ist heftig. Ich habe bestimmt jetzt schon 20 mal gestochen. Bestimmt. Kommt hin. Das ist echt krass. Ich muss mich... Oh, umgekriegt. Ich muss mich echt... Guck mal hier direkt die Mücke auf meine Hand. Als wenn ich die Kamera halte. Das ist echt krass. Aber es bringt auf jeden Fall Spaß. Ein bisschen hierzu. Ein bisschen Lauf, ein Lauf, ein Lauf. Das ist gut. Schön. Überall Bullen. Guck mal hier. Das ist so ein Bunker. Vom damals Krieg. Da haben die Leute das Dings. Scharfschützengewehr, Sniper, was weiß ich, Stumgewehr rausgeballert und geknallt. Nur ich habe so gepackt. Alle so. Ich habe so gepackt. Ich habe so gepackt. Das ist so ein. Dazu gibt es noch ein Kökchen. Und natürlich. Timbark. Oh, leger, leger. So, ich zeige euch mal unsere Ausbeute. Natürlich ein Lebensmittel und so. Wir machen alles. Aber erst mal. Zießen. Packen wir mal hier. Bisschen raus. Oje. So gar immer mal zießen für mich. Immer zießen. Und dann habe ich mir neue Schokolade. Hier haben wir eine Latschkis. Latschkis. Schmeckt. Kann man mit arbeiten. Latschkis. Beste. Latschkis habe ich mir geholt. Auf jeden Fall. Dann habe ich mir noch geholt. Hier. Chili Snake T-Shirt. Guck mal hier. Zack. Zack. Nicht ganz fresh. Ich brauche sowieso immer T-Shirts zu wild. Zeig rein. Und dann habe ich mich noch geholt. Jetzt kommt. Dicke Schuhe. Schuhe von Gino Rossi. Immer diese undercover machen in Pullen. Steaderf. Timbaland Fake so mäßig. Ganz wild eigentlich. Schuhe ist 41. Der Ding klein aus. Schmeckt. Immer Schuhe. Pullen immer Schuhe kaufen. Schmeckt. Schmeckt. Was haben wir hier noch zu? Wolterien. Immer billiger. Medizin. Voll. Abhapp. Es ist schnell. Mit die kleine. Dann Socken. Weil ich habe mir nämlich Schuhe geholt. Die hier. Und da muss man weiße Socken zutragen. Die sind ganz wild. Die kann man so durchgucken. Steaderf. Wild. Lackschuhe. Pasanova Schuhe. Nein. Der war jetzt nicht weit. So. Den habe ich mir noch geholt. Dann hat sie meine Freundin die Schuhe geholt. Scheiß auf die Schuhe. Wir gucken rein. Schuhe. Dann habe ich mir noch die hier gegessen. Classic. Die sind ganz wild. 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 hug's Eva. Keine Küche. Und jetzt hol ich mir nach morgen. F shuffle. Essen 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 essen. Das war's. Bis zum nächsten Mal.